Kitz-Ski, Paradies für Familie und Top-Athleten. Kitzbühel und Skifahren, diese Verbindung ist zeitlos und einzigartig. Bereits seit 1892 lebt man am Fuße des Haninkams den weisen Sport. Der Skisport ist der Star der Gamsstadt. Rund 170 Kilometer perfekt präparierte Pisten und 33 Kilometer markierte Skirouten in allen Schwierigkeitsgraden, actionreiche Snowboard-Fun-Parks, mietbare FIS-Training-Strecken oder auch Nachtskifahrten bei Flutlicht machen das Skigebiet Kitzbühel, das sich übrigens über sieben Gemeinden und zwei Bundesländer erstreckt, zum absoluten Wintersportparadies der Alpen. Mit insgesamt 52 hochmodernen Seilbahnen und Liftanlagen ist die Bergbahn AG Kitzbühel das größte Seilbahnunternehmen Österreichs und befördert täglich viele glückliche internationale Wintersportfans auf die verschneiten Hänge, Pisten und Skihütten. Das schneesichere Kitzbüheler Skigebiet mit 780 Schneeerzeugern zählt zweifellos zu den populärsten Ressorts weltweit. Neben der schwierigsten Skiabfahrt der Welt, der Streif, bieten die sanften Grasberge der Kitzbüheler Alpen vor allem großzügiges Carvingvergnügen. Der Ski-Großraum Kitzbühel wurde bereits mehrmals zum Testsieger in zahlreichen Kategorien gewählt. Mit Kritiken wie, was das Skigebiet in Kitzbühel für den sportlich orientierten Fahrer bietet, ist wohl einzigartig in Österreich oder wahnsinnig groß, wahnsinnig viele Hütten und wahnsinnig gute Stimmung unterstreichen die Tester von skigebietetest.de auch emotional, was es bedeuten kann, einmal in Kitzbühel Ski zu fahren. Kitz-Ski ruft!